Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Wildfond. Ein brauner Wildfond ist eine Grundsoße für vielerlei Wildgerichte. Für einen Liter werden folgende Zutaten benötigt. 1 kg Wildknochen 1 kg Wildfleischreste oder Keulenfleisch 1-2 Esslöffel Tomatenmark oder ein Fertigprodukt aus dem Handel 2 Esslöffel Butterschmalz Karotte Zwiebel Einige Zweige Thymian 5 Petersilienstängel 4 Liter Wasser Tomate 0,3 Liter Rotwein 2-3 Pfefferkörner Folgende Utensilien werden benötigt. Bräter Großer Topf Kleinerer Topf Schaumlöffel Sieb Feinsieb mit Passiertuch Messbecher Zubereitung Vorbereitung Das ungesalzene Wasser in einem kleineren Topf zum Kochen bringen. Die Tomate kreuzweise einritzen und für ca. 30 Sekunden in dem kochenden Wasser kochen lassen. Die Tomate mit einem Sieblöffel aus dem Wasser heben, diese abschrecken, die Haut abziehen und den Stielansatz entfernen. Die Tomate halbieren, Kerne mit dem Gemüsewasser entfernen und das Tomatenfleisch grob hacken. Die Gemüse putzen und in grobe Stücke schneiden. Das Backrohr auf 200 Grad Celsius vorheizen. Das Backgitter mit dem Bräter auf die mittlere Schiene geben. Bratphase Die Wildfleischknochen bei dem Metzger seines Vertrauens in kleinere Stücke hacken lassen. Das Wildfleisch am besten aus der Rehkeule in mittelgroße Würfel schneiden. Die Knochen mit dem Butterschmalz in einem Bräter verteilen und auf mittlerer Schiene in den Ofen schieben, ca. eine Stunde, hin und wieder den Inhalt des Bräters wenden. 20 Minuten vor dem Ende der Bratzeit das Gemüse zufügen. Nach dem Ende der Bratphase den Bräter aus dem Ofen nehmen. Das Tomatenmark hinzufügen und den Inhalt des Topfes tomatisieren. Kochphase Die Zutaten des Bräters in einem großen Topf umfüllen. Den Bratensatz des Bräters mit etwas heißem Wasser mit einem Kochlöffel loskratzen und dem Fond zufügen. Mit dem Rotwein ablöschen und den Wein vollständig einkochen lassen. Die Gewürze zugeben und mit Wasser aufgießen. Den Fond langsam aufwallen lassen, den auftretenden Schaum immer wieder abschöpfen. Auf extrem kleiner Flamme für etwa drei Stunden simmern lassen. Immer wieder nachschauen, ob noch genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Den entstehenden Schaum auf der Oberfläche des Fond immer abschöpfen, Schmutzstoffe und geronnenes Eiweiß. Nach der Kochzeit den Fond durch ein Sieb abseihen. Die Flüssigkeit erneut durch ein mit einem Passiertuch ausgelegtem Feinsieb abseihen. Den Fond vollständig entfetten, siehe Techniken des Entfetten. Falls notwendig die Flüssigkeit auf einen Liter einkochen kochen lassen. Galerie Das Gemüse vorbereiten Punkt Wildfleischknochen anbraten Punkt Vor Ende der Bratzeit wird das Gemüse hinzugefügt. So sieht das Ergebnis aus. Punkt Jetzt kommt alles in einen Topf zum Kochen. Punkt Fertig Kein Vergleich zu einem gekauften Produkt. Tipps Diese gehaltvolle Soße in kleinen Portionen einfrieren, Typ Eiswürfel. Um eine beliebige Soße einen gewissen Charakter zu ermöglichen, eins bis zwei dieser Würfel hinzufügen. Siehe auch Fond Heller Wildfond Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.